Tobago! Fuck you! Tuvalu! Lalalalalala! Alter! Diese vierte Nerven ja mal holla, ey! Jetzt schießt er natürlich wieder mit Lasern um sich, ist ja klar! Aber nicht mit mir, du! Das wollte ich doch überhaupt nicht angreifen! Ich will den da oben! Alter! Zerstören! Ich heil mich mal wieder! Jaaa! Was? Ah, nein! Äh, aah! Ich will das, wie ich aussieht, ey! Haha! Getötet! Ah! Mein Gott! Spannung pur hier in diesem Action-Spekter-Ackel! Wo ist das? Wo grunzt das Schwein? Hör auf, rum zu grunzen! Ich war doch Gruncore! Nein! Aue! Alter, geh weg! Ach, Austin! Alter, geh doch mal aus dem Weg! Hund, greif doch mal an, Alter! Du rickst mich grad so auf, Mann! Ah! Ah! Ah, Mann, ey! Weil diese Misthöhle überhaupt nichts macht! Äh, 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 äh! Ich bin ein grinstimider Hund! Sieh mich an! Gott, ey! Hund! Äh, äh! Muss ich dir erst die Befehle erteilen! Greif das Vieh an! Na, wenn er angreift, dann verfehlt er ja auch nur! Mann, ey! Ich will nicht sterben! Ich muss das Vieh angreifen und dann erst mal hier! Fick dich! Boah! Was denn? Was für ein Luck, ey! Mit einem HP überlebt! Oh, meine Fresse! Nochmal heilen! Ja! Schieß mit Lasern um dich! Ja! Ich steh drauf! Katzenien, Tal Palmo! Katanamo, ey, Mann! Ich dachte nicht getroffen werden von dem Vieh! Alter, jetzt reicht's mir gleich! Ich setz die Perle ein! Ist da das? Hab ich ihn besiegt? Nein! Natürlich nicht! Natürlich nicht! Wo kommt er? Was? Was war das denn? So, jetzt! Hab ich keinen Bock mehr? Fick dich, Mistvieh! Perle! Zorazettelzopf! Feuerhülle! Hitzewelle! Ocantonado! Rehenternation! Feuerhülle! Klingt so geil! Sumpfmanns! Das zerstören in der Feuerhülle! Das war doch jetzt aber nicht alles, oder? Ne! Ohne Scheiß! Eigentlich Hitzewelle das nächste Mal! Ah! Fick doch! Deine verhurte Scheiß-Sumpfmutter, ey! Ohne Scheiß, Alter! Ich hab keinen Bock hier zu krepieren wegen so nem Scheiß, Alter! Dann darf ich die ganzen fucking Sumpf nochmal von vorne machen! Ich hab keinen Bock drauf! Oh! Probieren wir's nochmal aus! Zorazettelzopf! Jetzt die Welle! Alle! Ah! Zerbalmen! Ah! Zerstörung! Fremder Kulturen! Das ist doch wirklich jetzt nicht wahr, ey! Ich verbaue ja meine scheiße fucking Huchenperlen, Alter! Und ich bin hier grad wieder voll am fluchen! Ich wollte mir das eigentlich abgewöhnt zum neuen Jahr! So viel zu fluchen! Das kommt nicht gut, wenn man in this place immer nur flucht! Dann heißt es wieder, nein der flucht nur! Das ist voll böse! Das darfst du nicht! Und vor allem so ne bösen Fluchereien wie böse Sumpfmutter! Oh nein! Stirb! Ah! Madelochiku! Habe ich ob noch Perl? Wie viel habe ich auch vier Stück? Wow! Kraft auch! Das ist der Zauber nicht am meisten einsetzen muss hier! 450 Ohr nice! Ah! Grrrr! Stirb! Was zeigen! Wie viel hält der denn aus? Ja! Stopp! Stopp! Hast du da was? Ah! Wow! Fuck! Und also! Mein Gott! Wie viel hältst du denn aus man? Ich will dich besiegen! Ich bin zu schwach! Ja sehr gut! Als Go! Solange hier noch zwei rumwursteln ist das nicht so schlimm! Also mir kann nichts passieren! Ah! Ah! So! Fick! Hundi! 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 Geh da weg! Hundi! Nein! Stirb nicht! Ich heil dich! Chimiii! Mein Gott! Hopp! Oh! Voll ins Gesicht, Alter! Ins Gesicht, ey! Oh! So! Oh! 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 Meine Frise! Jetzt schießt er wieder mit Laser aus! Ja klar! Oh! Erstmal weg mit dem Scheiß! Kack! Irrlicht! Ja 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 ja! Und ins Gesicht! Ha! Matschpampe, ey! Wir halten die Irrlichter ja auch nicht aus! Na wo kommt er? Wo kommt er? Wo kommt er? Da kommt er! Die Sachsau! Aue! 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 Jetzt schießt's! Ha! Geh da mal weg! Ihr scheiß Irrlichter! Boah! Ja! Orselpapalsen! Zerstörung! Wo? Wo ist er denn? Erstmal hier langwurschteln! Da hinten! Sehr klar! Na ha! Du bist doof! Weißt du das hier? Mann! Verfehlt! Greif an! Oh! Mach mal TV, Alter! Och, ey! Dieser Boss! Stirb! Ich muss irgendwann wirklich mal leveln, ey! Grrrr! Alter! Lassen sie mich in Ruhe! Ha! Voll ins Gesicht! Aber sowas von reingeschmissen! Das hat er... Das fällst er seinen Lebtag nicht, ey! Ah, nein! Grunz, 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 grunz! Mann, aus dem... Oh! Rennt er mir dazwischen, ey! Ich glaub's nicht! Ich... Mach's greif an! Nicht in... Wasser! Ja, klar! Mein Hund, ey! Du musst ja auch unterreden, dem ich das Mistvieh... Der dämlichste Exemplar, was man im Dschungel auftreiben konnte, war? Ach, meine Fresse! Ich heil uns erst mal, Hundi! Hab keine Angst! Ja, genau! Steht mit Lasers! Ich steh drauf! Alter! Ja! Ich greif mich nicht an! 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 Die Kinder sind! Nein! Oh! Stirb! Ach! Ich bin vielleicht auch einfach zu schwach! Ich müsste mir leveln, ey! Ich hab im Dschungel keinen Bock! Oder im Sumpf wohl, ja! Stirb! Ich bin besiegt! Oh! Ich hab ihn besiegt! Jaaaaa! Mit der Macht von Greyskull! Ich habe die Macht! Oder so... Jaaaaah! Wow! Dieses Ding war ja schlimmer als das Schleim aus deinem miefenden Socken im Sumpf! gott sei dank diese momente wollte man hätte verschlägen hätte diese monster diese monster erwarte man hätte verschlingen mit mir darin du hast du mich gerettet gut gemacht keine ursache ich hätte gerne david aber du kannst du mich in der david nennen ich erforsche seltene sumpfgasse um das erklärt den geluch aber wirklich das ist mir noch nie aufgefallen kommt das zu mir rein kann ich endlich speichern es ist keine 30 sterne hotel aber es ist gemütlich wenn auf ungeziefer und gestank steht ist das schon gemütlich eigentlich müsste ich dir etwas als belohner für meine bereitung geben das ist in jedem rollenspiel so was was könnte ich den als belohner geben ein herzer klar ein das jetzt naja das brauchst du von nicht jetzt weiß ich es nehme bitte diese pfefferschotter ist die gute chili für die für die würze für die spagetti pfeffer kann wahre wundervoll bringen wenn man diese richtige forme kennt kommen wieder wenn du ihn aufgebracht hast ich werde ihn ja in der neue geben möchtet sich das aus aber ja warum nicht bla 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 ich möchte ich weiß gute marke kleine möchte ich mich speichern ja gute idee als mauer jetzt endlich den bock mal nicht zu labern ich muss eine andere scheiß stimme genommen alle wieder so ist der ein safe dick machen klink hat hier und guck mal so rennen war ist denn oder ich mache es mal komplett pause das reicht ja auch erstmal ha 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 man sieht sich man riecht sich man schmeckt sich man fühlt sich aneinander